Heute stelle ich euch mal fünf coole Atom-Plugins vor. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es darum, welche Plugins ich mit meinem Editor Atom nutze. Und daher stelle ich euch mal meine fünf Lieblinge vor, die ich für meine regelmäßige Arbeit nutze und die ich als sehr praktisch empfinde. Es gibt natürlich unendlich viele Erweiterungen, also schreibt doch einfach mal in die Kommentare, welche ihr empfehlen könntet oder welche ihr nutzt und warum ihr diese nutzt. Also, wir verlieren jetzt aber keine weitere Zeit und los geht's! So, heute geht es wie gesagt um Atom-Plugins, beziehungsweise in Atom werden Plugins-Packages genannt. Die fünf, die ich heute zeigen möchte, sind bei weitem bis auf eins nicht wirklich unbekannt in dem Sinn. Also es ist schon so, dass das die Plugins sind, die empfohlen werden, die viele Downloads haben. Aber ich möchte euch mal zeigen, welches ich noch benutze, was für meine Arbeit persönlich sehr, sehr, sehr viel, ja, Nutzen bringt. Und ein anderes, was auch nicht so oft gedownloadet ist, aber einige praktische Funktionen hat, die ich vorher bei noch keinem anderen Editor, bei mir zumindest, hatte. Vielleicht hat der ein oder andere das vorher auch schon mal gesehen. Allerdings werde ich euch jetzt einfach diese fünf Plugins mal vorstellen. Und der große Sinn dahinter ist eigentlich nur, mal zu zeigen, welche Plugins ich in Atom installiert habe, weil ich habe insgesamt nur sieben Stück installiert. Mehr brauche ich nicht. Und fünf davon sind für jeden zu empfehlen. Zwei davon, das ist einmal das Standard-Git-Plugin, was praktisch Git-Plus oder so heißt das, glaube ich. Das ist einfach für jeden, der mit Git arbeitet, ist das Plugin in Most. Das wird einem von GitHub empfohlen. Und noch ein anderes, das für ein Projektmanagement-System ist, was ich benutze. Deswegen zeige ich das jetzt hier gerade nicht. Die anderen fünf kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der Atom installiert, direkt diese fünf Packages mit installieren, weil die helfen euch enorm. So, das erste, wie gesagt, geht um WordPress. Ich benutze WordPress sehr oft für Kundenprojekte, für private Projekte, für meine Homepage. Und deswegen ist das sehr praktisch. Und als erstes sollten wir dazu mal in das Settings-Verzeichnis von WordPress rein. Das öffnen wir einfach mit Steuerung, Komma und sind jetzt hier in den Settings und können über Install neue Plugins installieren. Und das erste, was wir jetzt installieren wollen, ist halt das Auto-Complete-WordPress-Hooks. Jeder, der weiß, was Hooks sind, das sind praktisch die Vorschläge, die ein Editor euch gibt. Und zum Beispiel DreamViewer, mein alter Editor, hatte WordPress teilweise standardmäßig mit drin. Atom hat eigentlich kaum Hooks mit drin, deswegen gibt es hier unten auch so viele andere. Auto-Complete-Huswell, Java, Modules, PHP und so weiter. Ihr habt hier fast jede Sprache drin. Für uns ist jetzt das hier oben sehr wichtig. Aber was macht dieses Plugin genau? Und das müssen wir nicht mal groß testen, weil ihr es alle schon kennt. Wenn ich hier draufklicke und hier unten auf das Video gehe, seht ihr genau, was das Plugin für euch macht. Und zwar fügt das diese vorformulierten Vorschläge für WordPress Atom hinzu. Das heißt, wenn ihr was eingibt, weiß Atom schon, was ihr eingibt und schlägt euch das vor, dass ihr das vervollständigen könnt. Das ist natürlich sehr praktisch und deswegen empfehle ich jedem, der mit WordPress arbeitet und Atom, dieses Plugin. Es wird eure Arbeit deutlich vereinfachen. Das nächste Plugin, was ich euch zeigen möchte, das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Das kannte ich von einem anderen Editor schon, aber ich wollte es auch in Atom haben, weil in Atom gibt es ein Problem, wenn man zum Beispiel mal einen Projektordner aufmacht, wie ihr seht, hat man hier ein CSS-Verzeichnis, eine CSS-Datei, eine JavaScript-Datei und eine Index-HTML und so weiter. Das hat man halt ganz viele verschiedene Dateitypen und man will die ja irgendwie voneinander unterscheiden. Und deswegen gibt es eine coole Funktion und zwar könnt ihr über File Icons, ein Plugin suchen, was euch Icons zu den verschiedenen Dateitypen hinzuschreibt. Das ist kein unbekanntes Plugin, das hat 2,2 Millionen Downloads und das auch sehr berechtigt. Was heißt, wenn ich das installiere, müsst ihr auch nichts weiter einstellen, ihr müsst nichts weiter machen, außer es zu installieren. Ihr könnt hier draufklicken und könnt hier noch ein bisschen was aus- oder anmachen, aber ihr seht, hier in der Seite habe ich jetzt Icons. Das heißt, ich sehe ganz genau, was für eine Datei das ist, auf den ersten Blick und das funktioniert mit eigentlich so gut wie jeder Dateiendung und vereinfacht einem das Leben mit Atom, wenn man hier in der Projekt, also den Projektorten aufmacht, doch schon deutlich. Das nächste Plugin, das wir uns angucken, hat etwas mit Farben zu tun und zwar viele Editoren, wie zum Beispiel Dreamweaver oder so, die haben Color Picker standardmäßig integriert. Meistens ist es so, für mich muss ich sagen, dass ich in der CSS-Datei beziehungsweise in der SAS-Datei einmal alle Variablen, alle Farben, die ich benutze, aus meinem Screen Design rauslese und einfüge und daher für die meisten größeren Projekte und Kundenprojekte nur ein einziges Mal die Farben abtippen muss und dann hole ich sie mir halt direkt aus, ja direkt aus Photoshop, aus meinem Screen Design, schreibe sie in SAS und es funktioniert. Für manche Sachen, wenn ich zum Beispiel einfach nur schnell was für mich ausprobieren möchte oder für die Tutorials oder sowas, nutze ich ein Plugin, das heißt Color Picker oder das heißt einfach, ja das heißt wirklich einfach Color Picker, ist auch ein relativ meistgedownloadetes Plugin und macht genau das, was es sagt, es gibt euch einen Color Picker zur Verfügung. Das Ganze funktioniert sehr, sehr gut, ihr könnt dann hier die Farben einstellen und habt direkt den, verschiedene Möglichkeiten, wie ihr die Farben anzeigen lassen könnt, ihr könnt das als RGB machen, ihr könnt es als Hexer-Code machen, wie ihr Lust und Laune habt und das Ganze funktioniert halt wirklich schön und gibt euch einen Color Picker, der einfach praktisch ist, auch wenn man hier und da schon mal ein Cole auswendig kennt, so ist es wirklich so, dass man nicht alle Farben kennt und dann hilft einem so ein Color Picker doch schon einiges. Deswegen kann ich auch nur dieses hier wirklich empfehlen und ich habe die anderen, ich habe noch ein paar andere ausprobiert, so sicher 5, 6, 7 Stück und das ist wirklich das Beste und das sieht man auch einfach hieran, dass es so viele Downloads hat, weil es einfach mit Abstand das Beste ist, die anderen funktionieren nicht immer so richtig oder geben einem nicht immer so, ja, richtig das Feedback, das man haben wollte. So, das nächste Plugin ist auch richtig cool und zwar ist es ein Minimap-Plugin und bei CSS-Dateien sehr langen HTML-Dateien oder, ja, generell ist, irgendwann habt ihr den Punkt erreicht, dass eine Datei sehr, sehr lang ist und ihr sie nicht mehr einfach überblicken könnt und genau hier hilft das Minimap-Plugin. Es ist eins der meisten Downloads und Plugins überhaupt, glaube ich, mit irgendwie 3 Millionen Downloads und es kann eine ganze Menge und zwar erzeugt es eine kleine Minimap am Rand vom Monitor, im Prinzip am Rand von eurem Editor und um die anzugucken, öffne ich jetzt einfach mal eine alte Datei und ihr seht, hier an der Seite habe ich jetzt so einen, ja, den Prinzip, meinen gesamten Code, den ich geschrieben habe, in klein und das Ganze ist einfach, finde ich persönlich super, ich kann das hier durch die Gegend schieben, also ich kann hoch und runter scrollen, ich kann das aber auch hier reinklicken und sehr schnell zu einer bestimmten Codezeile springen, deswegen kann ich dieses Plugin nur empfehlen, wenn man einfach schnell viel Zeit sparen möchte, lohnt es sich einfach schon mal, dieses Plugin zu haben und die einfach direkt reinzuklicken vor allem ich kann auch direkt dann hier, ja, ich kann einfach direkt damit navigieren, ohne zu scrollen, also ohne, dass ich scrollen muss, etc. und man kann es dazu noch ein bisschen sagen, zum Beispiel ich kann, so kann ich es jetzt auch noch hier bewegen mit der Maus, indem ich es einfach hoch und runter ziehe, ich kann es auch weiß machen, aber ich finde es persönlich mit Code besser und man kann hier praktisch, woops, wenn ich hier sage, on the left, dann ist es halt auf der anderen Seite, man kann das auch noch ein bisschen einstellen, ich persönlich finde es am rechten Bildschirmrand schöner, weil ich hier normalerweise ja mein Projekt-Tree offen habe, das heißt, jeder, der sich ein bisschen Übersicht über sein Projekt verschaffen möchte, holt euch die Minimap. So, das letzte Plugin ist eins, was auch schon oft bei euch in den Tutorials irgendwie Gesprächsthema war, also was ich schon mit mindestens sechs, sieben Kommentaren beantworten musste, und das ist, wie schaffst du es, dass deine Farbcodes farblich hinterlegt sind. Und das geht mit einem Plugin namens Pigments, also wie Farben, Pigments, und das erzeugt euch praktisch die Hintergrundfarbe hinter euren Hexadezimalcodes entsprechend des Hexadezimalcodes. Und ich persönlich finde das echt super, es hat auch viele, viele Downloads. Wenn ich das Ganze jetzt installiere und hier ein Fenster aufmache, sehen wir jetzt praktisch hier noch meine normalen Farbcodes, ohne große Besonderheiten, und jetzt wurde es fertig installiert. Ihr seht, es ist fertig installiert, und jetzt sieht man hier an der Seite praktisch die Farbcodes farblich hinterlegt. Und man kann hier noch ein bisschen was einstellen, wenn ich hier reingehe, sieht man noch ein paar mehr Features, was heißt, wie lange der braucht, um zu scannen die Sachen, dann welche Sachen, also welche CSS oder Sachen er durchsucht im Prinzip. In meinem Fall habe ich das alles auf Default, weil es funktioniert damit echt gut. Was man hier genau noch mehr mit einstellen kann und tun soll und sowas, weiß ich nicht genau. Für meinen Zweck musste ich hier noch nie was verstellen, ehrlich gesagt. Das hat die Farben hinterlegt, und so weiß ich immer direkt, ob eine richtige vergeben ist. Und es funktioniert auch mit SAS, was heißt, wenn ihr hier Farbvariablen reinschreibt, dann nimmt es die Farbvariable und hinterlegt die Farbvariable mit der, ja, mit dem Code, den ihr praktisch der Variablen hinterlegt habt. Das heißt, das funktioniert auch wunderbar und deswegen kann ich das Plugin jedem empfehlen, um sich einfach ein bisschen mehr Übersicht über seine verschaffen. So, das war es auch schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch unter dem Video oder einen Kommentar mit Atom-Plugins, die ihr vielleicht als sehr interessant bewertet und stellt sie einfach mal der Community vor. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Programmieren mit diesem tollen Editor und ja, wenn ihr diesen Chatteln unterstützen wollt. Unten im Video findet ihr Links zu Twitter, Instagram und Facebook. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ansonsten viel Spaß, bis nächste Woche. Ciao.